Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin-Update-Video. Ja, ich habe mal wieder in der Telegram-Gruppe gefragt, die ihr unten natürlich auch mit den Links in der Videobeschreibung findet, was für Altcoins ihr euch momentan wünscht bzw. welche Altcoins euch interessieren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, machen wir jetzt mal wieder so nach und nach wieder mal ein paar Videos. Ich bin momentan wieder ein bisschen mehr in der Muse dazu, vor allem, weil ich immer noch damit rechne, dass nochmal ein größerer Crash kommt. Und da möchte ich einfach mal die alten Altcoin-Update-Videos nochmal ein bisschen, ja, auf Vordermann bringen bzw. euch mal wieder ein bisschen in Gedanken auch reinbringen, wo mögliche Einstiegspunkte sind, was das für uns bedeutet und wo wir momentan überhaupt stehen, wie unsere alten Positionen laufen, wo wir möglicherweise neue Positionen laufen lassen. Und deswegen habe ich mir gedacht, fangen wir heute mal mit E-Gold oder wie auch immer ihr das aussprechen wollt, Elrond, E-Gold, Multiverse X, was weiß ich, wie ihr das aussprechen wollt, fangen wir heute mal damit an. Bevor wir trotzdem jedoch starten, würde ich euch bitten, gerne schon mal ein Like dazu zu lassen, Abo da lassen, Kommentar unten reinschreiben für den Algorithmus, den Kanal generell abonnieren und auch gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein zu joinen. Und wenn ihr auch E-Gold kaufen wollt, kann ich euch das nur empfehlen bei BingX, dort könnt ihr es kaufen. Ich glaube, ihr könnt sogar staken, bin ich mir jetzt aber nicht ganz genau sicher. Auf jeden Fall könnt ihr es dort kaufen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ja, jetzt aber rein in die Analyse. Momentan traden wir bei 28 US-Solarcent. Und was mir hier aufgefallen ist, wo ich den Chart aufgemacht habe, wir haben hier erstens ewig nicht mehr reingeguckt. Zweitens, diese Zahlen, die wir hier hatten, die sollten normalerweise viel, viel weiter drüben stehen. Hat nämlich einfach den Aspekt, damit wir hier wieder ein bisschen Platz haben. Deswegen verschiebe ich das jetzt gerade mal hier ein bisschen im Video. Das heißt aber auch, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten seit dem letzten Video. Und man muss auch dazu sagen, wir befinden uns somit auch in einer potenziellen ersten kleinen Kaufzone wieder. Die 50% Buy-Area, das sind immer so für alle, die die Videos jetzt zum ersten Mal gucken. 50% Buy-Area sind meistens die Zonen, wo wir 50% in die Position reinkaufen. Und dann nochmal tiefer, hier unten bei 21 bzw. 20 Dollar wäre die nächste 50%ige Kaufchance für uns. Das heißt, wir sind momentan in einer guten Akkumulationszone. Wir hatten zwar einen sehr, sehr guten Bullrun 2023. Hier muss man ehrlicherweise sagen, bis jetzt hier, wo wir unser Top gefunden haben im März 2024, wo es ordentlich nach oben hinging. Das heißt, wir hatten hier drüben im Bärenmarkt schon akkumuliert. Zweite Kaufzone wurde damals noch nicht gehittet. Trotzdem, wir haben hier mehr als 100%. Das heißt, unser Einsatz ist rausgezogen. Dann kam die Korrektur. Das heißt, wir sind jetzt genau dort wieder, wo unser Entry ist. Das heißt, auch hier werde ich wieder ein bisschen akkumulieren. Und ich hoffe, sollten wir einen möglichen Bitcoin-Crash noch kriegen, dass wir hier unsere zweite Kaufzone über ungefähr 21 Dollar bzw. 20,50 US-Dollar-Cent auch noch triggern. Das sind momentan die wichtigsten Kaufzonen. Und ich sehe möglicherweise auch noch beide auf uns zukommen. Das heißt, momentan sieht es gar nicht so verkehrt aus. Grundsätzlich, wir befinden uns hier in einer schönen Akkumulationszone, also auch möglicherweise Kaufzone. Aber, und das ist jetzt das eher Negative, wir bilden tiefere Hochs. Das heißt, wir sind auf jeden Fall in einem Downtrend momentan gefangen und da müssen wir erst einmal raus. Und das gilt nicht nur auf den kleineren Timeframes, das gilt auch auf den größeren Timeframes. Wenn wir uns das hier mal ganz kurz auf dem Weekly-Timeframe angucken, sehen wir, wir bilden wirklich seit März hier tiefere Wochen Hochs. Auch die letzte Woche war zwar wieder hier ein bisschen höher, aber trotzdem im Gegensatz zu den letzten Zwischenhochs, die wir hier im August hatten, bilden wir weiterhin tiefere Hochs. Das heißt, wir sind ganz klar in einem Downtrend. Trotzdem kann man hier akkumulieren, langfristig Spot handeln, Positionshandel. Das heißt, mit Hebel, mit Leverage würde ich hier momentan eher mal die Finger davon lassen. Da gefällt mir der Chart ehrlich gesagt nicht so. Vor allem, weil die Performance in den letzten Monaten auch eher negativ war, wir in einem absoluten Abwärtstrend sind, würde ich davon erst einmal die Finger davon lassen. Warum gehe ich davon aus, dass wir nochmal in Richtung 21 Dollar ungefähr fallen könnten? Wir haben hier unten noch einen sehr, sehr langen Docht zu füllen, muss man ehrlicherweise dazu sagen, der auch einigermaßen hier unten Liquidität bildet bzw. bietet für uns. Und das sind meistens so Spots, die einfach gut und gerne von den größeren Wahlen einfach mal geholt werden. Und vor allem, wenn wir uns das hier mal auf dem Tagesschart angucken, sehen wir, diesen langen Docht sollte sich der Markt normalerweise noch einmal holen. Dann hätten wir eigentlich einen schönen doppelten Boden hier auf lange Sicht gesehen. Wir hätten die Liquidität geholt und könnten dann in einen potenziellen Bullrun starten. Außerdem hätten wir dann nochmal einen deutlich besseren Entry, einen Durchschnittsentry von 24 Dollar. Jetzt schreibt ihr gerne mal unten in die Kommentare rein, seid ihr investiert, seht ihr solche Kurse noch, werdet ihr investieren. Schreibt es unten gerne in die Kommentare rein und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.